Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer von Digital Fernsehen zu einem neuen Video-Special. TV-Hersteller Samsung bleibt auch 2023 der 8K LED-LCD-Technologie treu. Warum das im Falle des QN900C eine gute Entscheidung ist, erfahrt ihr jetzt im Video. Das Design des QN900C ist nicht neu, ich will es aber dennoch lobend hervorheben, denn der nahezu rahmenlose Screen, der zugleich durchgängig ultraflach gestaltet ist, ist weiterhin einzigartig am Markt. Der kompromisslose Fokus auf das Design ist zugleich eine kleine Schwäche, denn die Rückseite des Fernsehers ist sehr dünn und nicht sonderlich stabil und die Tonqualität der Lautsprecher schreit geradezu nach einer Ergänzung mit einer passenden Samsung-Soundbar. Mittels Q-Symphony-Soundbar können die TV-Lautsprecher als Ergänzung aufspielen und die größte Last wird vom externen Soundsystem getragen. Leider unterstützt Samsung über die EARC-Verbindung keine DTS-Signale, so dass ihr entsprechende Quellen direkt mit der Soundbar verbinden solltet, wenn ihr DTS-Inhalte abspielen möchtet. Sämtliche Anschlüsse, darunter vier vollwertige HDMI 2.1-Ports, befinden sich an der externen One-Connect-Box und zum Display führt ein einziges kombiniertes AV-Stromkabel. Unserem Testmodell lag nur ein Kabel mit knapp 2,5 Metern Länge bei, doch Samsung hat uns die Rückmeldung gegeben, dass dem QN900C auch dieses Jahr eine kürzere Variante beiliegen wird, falls ihr die One-Connect-Box hinten am Standfuß verstecken möchtet. Was mir nicht gefällt, ist die neue Fernbedienung. Die wirkt ähnlich billig wie eine Amazon Fire TV Fernbedienung und ich vermisse die Ursprungsvariante, die dem Q900T vor drei Jahren beilag, bei der Samsung noch auf eine hochwertige Metallverarbeitung geachtet hatte. Was hier im Video so auffällig blinkt, sind Philips Hue-Lampen. Seit 2022 unterstützt Samsung über eine App die Ansteuerung von Philips Hue-Lichtern. Da es sich um eine interne App-Verarbeitung handelt, könnt ihr jegliche Quellen mit dynamischen Lichtern aufwerten. Angeschlossene Quellen werden nicht immer selbsterklärend im Homescreen einsortiert, weshalb es meist praktischer ist, die Zahnradtaste der Fernbedienung gedrückt zu halten, um auf sämtliche angeschlossene Geräte zugreifen zu können. Ihr habt sicher schon mitbekommen, dass seit diesem Jahr auch 8K-Fernseher die allgemeingültigen Grenzwerte bei den Energievorschriften einhalten müssen. Samsung löst diese Problematik einerseits durch einen Energiesparmodus, wodurch die Bildhelligkeit aber stark gedrosselt wird. Schaltet ihr diese Funktion ab, fällt der Energieverbrauch mehr als doppelt so hoch aus. Obwohl der QN910 der hier gezeigten 75 Zoll Variante knapp 400 Watt bei leuchtstarken Inhalten erreicht, ist das absolut im Rahmen dessen, was andere Hochleistungsfernseher verbrauchen. Mit einem 4K-LCD-Panel ließen sich zwar zwischen 50 und 100 Watt einsparen, doch ich bin mit dem QN900C im Test so zufrieden gewesen wie mit keinem anderen Samsung 8K TV zuvor. Die Nachteile des Local Dimmings wie Blooming oder invertierte Schatteneffekte sind deutlich minimiert, solange ihr die perfekte Sitzposition einhaltet. Also besser nicht seitlich und nicht von ober oder unterhalb auf das Display schauen. Gerade mit Filmquellen kommt der QN900C überraschend souverän zurecht und die Ansteuerung der knapp 2000 Local Dimming Felder arbeitet so gut, dass man sich voll und ganz auf die Inhalte konzentrieren kann. Wirklich bemerkbar macht sich das System nur, wenn ihr Overlay-Grafiken einblendet oder die dargestellten Details kleiner als die Mini-LED-Dimming-Zonen ausfallen. Dann lässt sich eine deutliche Aufhellung im Schwarz nicht vermeiden. Der QN900C verbraucht nicht unnötig viel Energie, sondern dimmt bei dunklem Bildinhalten meist folgerichtig herunter. Hier hatte ich bei den Geräten der letzten Jahre immer wieder Probleme festgestellt, sodass die LEDs unnötig stark beansprucht wurden, was dann auch zu einer hohen Display-Erwärmung führte. Das HDR-EOTF-Tracking war bei unserem Testmodell im Filmmaker-Modus fehlerfrei und somit besser als bei vielen älteren Samsung-TVs. Helligkeitsübergänge meisterte der QN900C ohne störende Bending-Artefakte. Dolby Vision-Signale werden von Samsung weiterhin nicht unterstützt, was allerdings keine entscheidende Rolle spielt, da der von Samsung bevorzugte HDR10-Plus-Standard von immer mehr Streaming-Anbietern angeboten wird und die meisten HDR-Quellen sowieso zahmer gemastert sind, als es die Leuchtreserven des QN900C hergeben würden. Die Spitzenhelligkeit von knapp 2000 Nits erreicht der QN900C im Filmmaker-Modus mühelos und insgesamt ist der Kontrasteindruck bei idealer Sitzposition mehr als überzeugend. Selbst die Bildausleuchtung unseres Testmusters war vergleichsweise gleichmäßig, solange man die perfekte Sitzposition einhält. Nur beim Kontrastfilter hätte ich mehr erwartet, denn einstrahlende Lichtquellen werden weiterhin sehr breit gestreut. Die 8K-Darstellungsqualität des QN900C konnte mich nicht rundum überzeugen, da Samsung einen Dithering- bzw. Pixel-Raster-Effekt provoziert, der es extrem schwierig macht, 8K- und 4K-Signalquellen voneinander zu unterscheiden. Dennoch profitiert man von der aktuell besten Signalzuspielung, sodass man auf Seiten der Bildquellen aus den Vollen schöpfen kann. Dass der QN900C auch im Q die OLED-Zeitalter nicht überflüssig ist, zeigt sich besonders in drei Punkten. Die Spitzenhelligkeit von 2000 Nits ist immer noch deutlich höher als bei OLED-Displays und die Flächenhelligkeit fällt mit knapp über 600 Nits sogar mehr als doppelt so hoch aus. Selbst mit SDR-Quellen könnt ihr das Leistungsmaximum des QN900C erreichen, was mit OLEDs häufig nicht der Fall ist. Mit dem QN900C wären Videoinhalte ohne Kontrastwechsel nicht künstlich heruntergedimmt und auch statische Einblendungen sind für diesen Screen kein Problem. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Wenn sich die Display-Temperatur zu stark erhöht, drosselt der QN900C automatisch die Leuchtstärke, bis die normale Panel-Temperatur wieder erreicht ist. Ich konnte diesen Effekt allerdings nur provozieren, indem ich dem QN900C pausenlos HDR-Testbilder mit maximaler Intensität zugespielt habe, was im Praxiseinsatz eigentlich nie der Fall sein dürfte. Der entscheidende Vorteil für Heimkino-Fans ist die Bildgröße. Eine 85 Zoll Variante des QN900C ist schlichtweg imposanter als ein 77 Zoll QD OLED-Screen. Kommen wir zur Bildverarbeitung. Ihr könnt über Samsungs Nachbearbeitung die HDR-Gesamthelligkeit anheben, ohne das Bild zu zerstören. Die HDR-Dynamik-Kompression klingt in der deutschen Übersetzung wie ein Qualitätsnachteil, im englischen Menü lautet es aber schlicht Tone-Mapping. Hier wird ein Übersteuern in extrem hellen Bildbereichen vermieden, wenn ihr 4000 oder 10.000 Netzsignale zuspielt, und der TV hält dunkle Bildbereiche auf, um HDR-Inhalte unter normaler Wohnzimmerbeleuchtung sehr gut sichtbar zu gestalten. Ist euch diese Grundaufhellung zu viel des Guten, könnt ihr über den ST-2084-Bildregler entgegensteuern. Diese Kombination funktioniert besser als der Einsatz des Kontrastverstärkers, der das HDR-Bild im Vergleich dazu künstlich erscheinen lässt. Probiert die Möglichkeiten des QN900C ruhig einmal aus. Durch die höhere Leuchtstärke lassen sich die LCD-bedingten Nachteile in der Schwarzdarstellung sehr schön kompensieren. Das Upscaling gefällt mir ebenfalls, denn Samsung wählt einen schönen Kompromiss zwischen Kantenglättung und Pixelkontraststeigerung. Das gilt aber nur unter zwei Voraussetzungen. Den Schärferegler solltet ihr lediglich in sehr geringen Stufen anwenden und bereits mit 720p-Signalen kann die Kantenglättung des Upscalings dominieren, weshalb Full-HD oder besser 4K-Quellen gewählt werden sollten, um das 8K-Upscaling möglichst natürlich erscheinen zu lassen. Die Zwischenbildberechnung lief im Test fehlerfreier ab als bei manch anderem Samsung 4K-TV und der QN900C ist auch ohne künstliche Bewegungsklättung in der Lage, 24p-Filmsignale angenehm darzustellen. Auch hier der Hinweis, dass die Bewegungsklättung in der Voreinstellung sehr hoch eingestellt ist und wenn ihr Artefakte mindern möchtet, solltet ihr eine manuelle Einstellung mit geringer Glättungsintensität wählen. Wirklich pur und ohne großartige Tricks erfolgt die Darstellung im PC-Modus, doch dann stehen viele Bildregler nicht mehr zur Wahl. Im klassischen Spiele-Modus könnt ihr mit PS5 und Xbox Series Konsolen 4K-Signale mit 120Hz zuspielen und erreicht eine äußerst geringe Eingabeverzögerung. Die LED-Backlight-Ansteuerung erfolgt im Spielmodus aber simpler, sodass sich auch die Energieaufnahme im Vergleich zum Filmmaker-Modus erhöht, weil abhängig von Bildsignalen schlichtweg weniger effektiv gedimmt wird. Über den gesamten Funktionsumfang des QN900C könnten wir hier ein stundenlanges Video veröffentlichen. Hervorzuheben ist beispielsweise die Split-Screen-Darstellung, die es erlaubt, vier Signale gleichzeitig wiederzugeben. Darunter fallen HDMI-Quellen, TV-Signale, der interne Browser und der YouTube-Player. Im Split-Screen-Modus werden sogar 4K-HDR-Signale unterstützt. Gegen den Kauf des QN900C spricht in meinen Augen aktuell die UVP von fast 8000 Euro beim 75-Zoll-Modell. Dabei kritisiere ich weniger die Preisvorstellung Samsungs, denn der 8K-Markt ist immer noch so exklusiv, dass man letztendlich jeden Preis dafür verlangen kann. Allerdings könnt ihr die Vorgängermodelle des QN900C derzeit für 4000 Euro und 75 Zoll erwerben und deshalb deutet sich jetzt schon an, dass auch der hier getestete 75QN900C bei der Hälfte der aktuellen UVP landen könnte. Davon abgesehen ist der 75QN900C eines der leistungsstärksten und elegantesten LED-LCD-Displays, die ich bislang testen durfte. Und ich bin abseits der ganzen 8K-Diskussion wirklich froh, dass Samsung diese TV-Serie fortsetzt, denn ohne den QN900C wäre der TV-Markt um eine wirklich interessante Auswahlmöglichkeit ärmer. Den ausführlichen Testbericht zum QN900C findet ihr im aktuellen HTTV-Magazin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut.